Ich will einen Augenblick still sein und nach Hause gehen. Jesus Christus, du bittest uns, den Christus in uns zu schauen, all seine Heiligkeit anzunehmen und des Himmels Licht, das sich darin spiegelt, über diese Welt hinaus auszudehnen. Du willst, dass wir Christus als das Kind Gottes, das Vaters Sohn in uns erkennen. Dieses Kind ruft nach Frieden, nach tiefer Stille und lieblichen Schutz und will nur mit dir nach Hause gehen. Du zeigst uns in Christus unsere Wehrlosigkeit, unsere Sicherheit und unsere ewige Unschuld. Denn das sind wir, das reine, unschuldige und heilige Kind Gottes, der eine geliebte Sohn, der den Ruf hört, jetzt vereint mit allen nach Hause zurückzukehren, in des Vaters liebende Arme. Wie wunderbar gesegnet wir doch sind. Danke, danke, danke. Ich will einen Augenblick still sein und nach Hause gehen. Amen. 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 Amen.